sie müssen wir ja noch wenn ich mir meinen mg direkt reingehen ja weil es ist natürlich nicht von anfang an mit warum muss ich leisten und muss mir den ersten mieten noch zwei proben aber noch kommen da wohl noch mal zwei proben für kriegen für die tägliche mission also sind schon gegner ich glaube dass ein adler rufen von adler ist du denn der neuste ist nah bei den granaten die maschinengewehr wahnsinnig streu bombe deshalb das angeblich für kleinere ziele so gedacht warum ist meine karte so ausgesucht macht das nicht aber was du sogar geschossen erforscht noch irgendwie schon so ein ding platzieren so ein türmchen eine probe kann es nicht wieder verlieren das hat hier aus der waffe granatwerfer so ein granatwerfer ich übernehme das können also ein raketenwerfer warum soll da kommen soll da kann der direkt angesprochen das ist ein granatwerfer doch meine ich doch mein gott liegt ja man scheint nicht so d3 also ich meine mg da ist meine w nach jetzt auch wenn ich dann gehen wir wir müssen sogar lang verabschied was war das ja und dann lassen wir sie seien das ist die arbeit an das vergnügen das ist die mission zu ihr das was goldenes vielleicht doch etwas vergnügen ich höre das schon ich glaube das ist ein stück oder leider aber ich habe gleich gesehen ich bin soweit durch die luft geflogen damit ich habe gerade bereit weil der zerstört mich er hat natürlich um die halbe karte ja durchwerfen coole leute schauen nicht auf ich glaube ich habe eine trophy bekommen weil ich soweit geflogen bin coole leute schauen nicht auf es nicht mehr könnte man auch für mich die ganze die gegend zu boxen noch mal unsere proben ich gehe direkt in den rein ich weiß nicht ob das so eine gute idee war ein gott gibt er mir auf den nerven hat dann hilf mir ja ich habe ich habe den ich bin aber nicht tot wieder ja mein arme ich weiß ich habe ihn getroffen aber jetzt sagst du mir jetzt damit ein panzer mit rakaten markieren wir auch da kommt da was machst du da da kommt da ich gehe oben ich bin ja oben ja hier auf mein geschäft zu stück demokratie wo wir schon gelanget weil sie mich gerade umbringen wir haben eine richtung ja das zeug liegt irgendwo demokratie hier ist ein arketen also ich glaube ein mg gesprochen die ganzen proben ich finde nicht auch nicht da kommt schon wieder neue schau ab ich will hoch da kommen auch welche oh mein gott wir sind so viele löcher so viele mein gott schon wieder ehrlich noch ein blöder schleicher schleicher stürmer die warnung kaputt geboxt doch in ruhe da sonst stürmer das nebenbei ja den müssen nicht erledigen ich bin mit meiner flüstung zu langsam glaube ich aber ist auch eine frau sehe ich gerade die richtung läuft ja wenn wir jetzt woanders hin ja ich mache den kaputt 1 warum ich habe doch ich habe doch gerade ich bin doch einfach weggeflogen ich habe keine kampfmusik mehr hier das heißt hier ist es sich da viele leute ja bitte auch die tatschen ja 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 ich bin ich springer ist klar genau da wo wir jetzt machen wollen ist klar naja ich verziehe mich irgendwann ist auch mal genug mit den ausbrüchen das ist ja nicht so löschen war ja mit schreien sind er wird er geschützt er wird der stärker waffen verdammt sie geschützt habe ich bei der oge wacht so wäre ich habe jetzt nicht getroffen okay oh mein gott schade ich die ganze zeit aber du bist also ich leben kann es nicht ja schon auf dem weg ja ja das geschützt ja erst einmal getroffen mit der granate ja so ein problem mit dem winkel irgendwie so weiter genau lächer ich lenke ich habe gerade geworfen ja der stimme der macht mich jetzt wieder fertig wir sind ja noch immer machen ist doch irgendwie kannst du vielleicht den stimmen die bringt nichts ich bin aus dem weg gerutscht irgendwie treffe ich den seinen hintern aber nicht also nein so mein langen da lang geht auch geht zum high ground wenn wir schaue ich jetzt hier sehr gut den auszuweichen die ganze zeit ja jetzt bin ich umzingelt und tot mein keller den damit kämpft ja schon seit zehn minuten er ist mir einfach nicht er will mich der tod hinter wir sind ein bohrer machen müssen wir nicht so machen ja cool naja möchte ich erreichen das hat er gefallen ich hätte ich beinahe einen haufen geballert da habe ich gerade nachschubspielung so platziert wo heißt er ganz da hinten so viel stress hier du solltest das ding hochklappern da kommen wieder neue leute warum hast du die antipersonen bin ich verstehe bis heute nicht da war blutig überhaupt geholt dass er denn antipersonen wie ihn käfer sind keine person ja warum da tötet sehr viele kinder was da gar nicht zu verstehen doch der antikäfer oh mein gott ich bin noch am weg ja klar da müssen wir da machen aber ergeblich sind so viele von den viechern hier sind normalerweise bosse dann kommen wir jetzt am laufenden band naja ich weiß nicht wo der stürmer ist ich höre ich glaube ich hier so ein dickes rohr warum schießt noch von vorn an da sollte er mit dem popo gegenüber treten wenn er auf dich zugeht ist er vorne ausgerichtet aber den bau ist bein ist glaube ich weg ist am bein ist irgendwie angeschwächt aus ja da kannst du jetzt anschließen nämlich an machen wir an den einen füchern das ist sofort auf mich los wenn warum geht da sofort auf mich weil ich bin gerade gespott ich bin in den ganzen hause weil er trifft mich die ganze zeit wenn du das sehen könnte ich bin immer ausweichen dann trifft er mich trotzdem noch ich bin nämlich jedes mal am ausweichen der trifft mich jedes mal und hat mich dann irgendwie ein kilometer weiter na na wir müssen mal aus wie man ihnen vernünftig töten kann oder soll ich schieße die ganze zeit von hinten an der von hinten ist der auge panzer in seinem bein ist irgendwie jetzt weg die panzerung davon ist weg habe ich irgendwas machen wir falsch glaube ich ja ich hatte ja ich bin noch ich bin am sparen klasse da wird er vollbringen jetzt noch immer ist besser bloß werden komme wo ist das dicke ding zwölf tötungen aber ich habe eine stärkere rüstung und die natur mich trotzdem noch zu schatten das hat mir bescheuert mann irgendwo hier die fliecher so nachgucken so die schämlich verhalten damit 20 mal mehr auf den drauf geschossen hält immer noch kann ich sein mann er hat nicht das geld irgendwie mal auf zwei leute ich weiß noch nicht so weit spiel ich weiß nur es geht um demokratie und insekten kaputte die 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 das war das ist eine waffe glaube ich gewesen hier wird am blinken eine weitere probe manche letztes auge schafft mit den zwei minuten dann scheiß ich mich hier wieder nach zu erinnern also haben wir es geschafft ich will jetzt noch mal meine rüstung zu erinnern ich will gar nicht mehr die rüstung habe ich von 20 gegnern auf einmal hier angegriffen werde ich nehme an dafür kriegen wir so ein orbitalschlag oder so wir sind gestorben bevor passiert ich habe das paket alle aber da kommen sie keine stürmer dabei sind dann noch still ich ja das wäre so ein fettes glaube ich ja ich muss mal an mann wo soll jeder ist ein schuss ja sekunde bevor die exudiert ich habe eine probe gut auf eingelassen wenn sie bitte ein da weil jetzt ja ja ich weiß nicht mehr typ einfach mal ziel aber da sind welche glaube ich kann es auch aufteilen der eins geschlossen aber ja dass wir spritzen danke mein gott hier sind schon wieder so viele gegner doch gerade sie aufgetaucht waren naja aber ich mache mir auf die löcher ich gehe noch eins naja das gedeiht ja könnten sie mich wieder belegen gar nicht und sein mittleres nest entdeckt ja jetzt sind ja auch noch exklusive dinge wir haben so viele gegner der eine ist auf mich zu hören die anderen habe ich die ganze angeschmackt ja schon 7 von 13 schon die hälfte das ist außerhalb des missionsgebietes wir werden mal zu den nächsten gestern ist mit den gegnern meine gerade zu lange festgehalten meine hand oh mein gott Was jetzt mal bei leute oh mein gott Mein gott Ja Wir sind irgendwo nester natürlich sei so ein dickes ding Na jetzt haben wir dieses eine dinge aktivieren aber gerade aktiviert haben Aber wer hat bringt es nicht Hier wird auch Er hat davor gemacht Warum sind wir schon wieder zweifelte Na mach du die dinger kaputt Ich tue die dicken dinger Ich werde dort verbraucht Anfrage bestätigt Verstärkung ist unterwegs Oh mein Gott Hey Felt einer meldet sich kampfbereit Noch eine Minute Das ist ein weiteres Mal ab Ja bitte ein Geschirr Ich brauche immer ein geschützt Ich habe eine bessere Rüstung an Ich werde trotzdem gewonnen schottet Ich werde auch noch zwei Proben Anfrage bestätigt Verstärkung ist unterwegs Geber Zerstörer verläss Notfall Evakuierungszuttle im einsatz Ja wir kommen Und der herz Was Erfolg Aus Evakuierungszone Na nee da müssen wir lang Na blaulicht ist Da hat's kann man gar nichts mehr Von taktik ausrüstungen benutzen anscheinend Ich bin schon ich wollte noch zwei gestern aufmachen ist irgendwo eine probe probe wenn man aktiviert kommt automatisch ja selber stärker richtig so er pols oder er muss jetzt ja noch kommen aber ich kann nichts platzieren gar nichts oh mein gott weg der däbischen griecher ich muss naja ich war noch gar nicht so eine 15 minuten zu machen und zwölf mission eine will ich noch so es kämpfen in der spieler vielleicht mein gott zentimeter territorium wo wollen sie eingreifen muss aber gerade von mikron zumal die illegale übertragen wenn die insektenpropaganda ja wenn ich es aber trottet er war noch ein bisschen übungen anscheinend vielleicht mit dem echter ist unsere sachen ja upgraden die unseren hangar oder irgendwie so was unsere sachen stärker werden ich weiß nicht vergessen die rüstungswechsel ein unvergängiges spiel gesehen ist angenehm aus wenn ich meine blöden zwei proben nicht kriegen wir sagen wir sollen dann drehe ich ja doch nicht und dann drehe ich durch und dann renne ich power fans ist hier gerade hier niedrigen schwierigkeit was haben wir noch fans was gerade auch nicht ex genügt halten ja das hatte ich auch schon mal dann ist dann steht bei mir nur den namen der waffe und die mission ja bei meiner pistole ist dann auch wie wechselt man hat da kann man einzelnen schüsse an abgeben ist klar mein schrotgewehr geht das nicht aber mit der pistole müssen wir nicht vielleicht die zoom gleichweite ist manchmal drei passen stehen bei der auto halbautor irgendwie soll ja dann kannst du weiter damit zu wenn der controller eindrucks meine ich den zoom vielleicht automatisch mit der pistole nicht so nicht so doll das kann auskommen das hat hier antimaterie gewähr aber ich kann mich nach dem link aber damit kann ich auch ja im zoom ändern ja ich habe die panzerung damit kaputt gemacht glaube ich aber was ist ein adler auffüllen ja manche materie gewähr meine materie ist anti wir gehen ja falsch und da kann ich jetzt vor scouten 200 meter suchen schon sehen wir uns da ist ja erwartet in der ferne ich habe nur einen weibblick ok lange drohe machen wir mit dem terminal denn 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 wenn ich gucke wo die gegner kommen ich bin am terminal er wird geschützt das evakuierung shuttle erwartet ihre befehle mein gott ich habe mich jetzt auch voll auf den ansturm wo ist das wo ist das wo ist das aber wenn man nicht so muss ist aber kein faden kreuz dass wir die horne in der ferne eine horre ist ja mit einem schotgewehr kannst du nichts machen der pistole mit der mg pistole kannst du noch aber wer mag das geschützt sich gerade daran ich habe okay machen wir sind farben ja ja mein geschütz räumt ab sagt genau mich herum geschossen naja da muss man hin ich gehe auf einer erhöhten position ja das ist ein wenig freiheit ich habe keine kann hatten ja dann hat er kommt aber machte ich mein geschützt aber dafür ein unterschied ist eine einschuldigkeit zu anderen da müssen wir mal ein bisschen die reflexe ja Hallo geklaut, die heißen da auch Pelikane. Wir sind ein Geschirr, die heißen da auch Pelikane. Sie sehen sogar fast genau gleich aus. Willkommen sehr. Guck mal deine Ankunftszeit, T-minus, unter 30 Sekunden. Ja, cool. Mein Gott. Jetzt kommt jemand, wer hier weg. Wo kommen sie? Wir sterben für Friede. Natürlich kommen sie von rechts. Der Schiff, der kann uns hier locker abknallen. Wärts aber nicht. Ankunftszeit, T-minus, eine Minute. Bin ich mir sicher fast. Wie kommen wir jetzt hier weg? Weiß ich nicht. Aber dafür von Unterschiede ist eine Schwierigkeit. Hey, das gibt's nicht. Ja. Ankunftszeit, T-minus, 30 Sekunden. Oh, das ist ein Schiff, da war. Ankunftszeit, T-minus, 20 Sekunden. Ja, bitte geschützt. Mein Gott, kommt hier noch was. Ich glaube, wir haben nichts mehr. Dein Schütz ist explodiert, Alter. Ja, ich hab's gesehen. Was hat denn passiert? Nee. Hey, deine Mien sind alle weg. Nein. Oh, du hast mich ja... Hat der mich da hochgebracht, aber hätte. Ich würde es stylisch hier so nach rückwärts irgendwie so reinspringen. Ich hab mal eine Pause bekommen von diesem Spiel. Ehrenhafte, Pflicht. Da ist die Schande der Einheit. Ich... Du hast das Ding gewonnen. Man soll ja mit dem blöden Orbitalangriff, was soll das für eine Message sein? ich kämpfe gegen das ist der buchstabier wir erst mal persönlicher befehl abgeschlossen jetzt gehört nicht mehr weit und er könnte mich nicht aufhalten das war durch meine rüstung naja moment mal steht panzer ungeweiter hoch und weiß immer noch 150 erhöht von 150 auf 150 da gibt es gar keinen abwehr nach oben da geht mir nur geschwindigkeit da unten und sonst nix bitte eine höhere panzer tanzerungswertung von 150 auf 150